Geil, letzte Decke! Wie ist der Bastion? Ich hab ja meinen pinken Bastion-Skin Ah, Tracer werde ich jetzt öfter spielen. Macht Bock. Das ist geil. Sexta Tracer? Almost daily. Zu geil. Sexta Tracer? Ne, normal Tracer. Sexta Tracer geht auch. Im Angriff. Ich werde Tracer leben. Ich werde Tracer spielen, dann werde ich bei Porn als Tracer eingehen. Dann werde ich wieder Tracer spielen. Du musst aber auch bei den Tracer eingehen. Deja-Poo. Deja-Poo. Damit die Leute wissen, wer Dings ist, was soll ich sagen. Oh Gott, wir greifen an. Zeig mal, Alter, eure Vögel hier. Man muss das auch richtig artikulieren, dann der sagt, Cheers, love, love. Lass mal hier so eine Vogelsammlung machen an der Wand, los. Auf geht's. Okay. Drei. Drei. Achso. Was geht's hier grade? Ich bin schon bereit. Drei. 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 Ich steh nicht in der Mitte, ich seh nur die 4 Da guckt so ein fetter rein, ich fühl mich beobachtet Tschüss Ich fühl mich auch beobachtet Wir müssen alle aufs Auto, ne? Könnt ihr mal euer Gesicht da weg machen? Ich versteck mich hier hinten, ne? Kann ich kurz mal aus dem Weg gehen, Riemann? Ey, ich glaub, die sind entweder 2 Junkraps oder alle Junkraps Ne, da waren wir so Ich war trapp, ich hab die Falle nicht gesehen, weil direkt vor der Tür stirbt Ja, weil da auch nur 2 Junkraps drauf gewartet haben, dass niemand in die Falle läuft Was meinst du, was die da gemacht haben? Ich hab einen gekehlt, raus geht Naja, du hast die auf der Seite Der Junkrat links hat nichts mehr, ihr könnt raus gehen Der ist jetzt ins Haus gegangen Die haben da ein paar Sniper Die wissen, die wissen, man muss sich nur wissen Ich glaub, schieben müssen wir wohl ohne aufbauen, mit Snipern Doch, wir bauen uns alle auf dem Auto auf Das wär voll gut Dann müssen wir nur in verschiedene Richter gucken und das richtig teilen Der Junkra ist so langsam Ja, weil dort wo ich... Weil die haben da auch nen Besten stehen, hab ich grad gesehen Der steht hinterm Auto und wir fangen an da auf Oh shit Ey, warte, ich geh hier hinten rum Wolle gute Idee Wartet kurz, ich bin gleich da Auf... ne Minute Jungs, ist dir nichts Gutes Eine Minute, ich bin auf dem Weg Ich wünsch mir, wir könnten dort oben hin Ich bin da oben Um rauszuschießen Du musst einfach ganz links durchgehen Das führt unten durch bis hinter die Feindliegen Die Giratensicht So ein Scheiß, ey Ich stand auch mitten im Haut Ich hab Bestchen geklärt Der Drache Lo prevent Fuck Johanso ich hab grad auf den Ice Block gewartet Mann Trimple Green Tryp puisqu kill Play off the game Jetzt werde ich Ich schieb lieber mal wer Ja, keine Ahnung Wir bauen uns dann überall im Geländeen auf passen auf die Sniperaufwählung Bis ich irgendwie auf den eh... Ich guck nach links Ich guck nach rechts Ich schieb mich irgendwie vor mal Nein, wir müssen uns auf Wänden aufstellen, um Sniper abzuwagen, die irgendwo kommt, weil... Da ist die Stift. Ich hab Ult, aber... Hm. Sare, ich hab Number One Healing im Game. Ich muss mich schnell heilen, bevor ich sterbe. Okay, ich mach das, Jungs! Ich hab Ulti, aufgehens. Hab zwei. Nice. Okay, ich gebau mich drauf. Rache von hinten, passt ab. Rache von hinten! Der ist von hinten. Ich heil mich gegen. Äh, der Rache. Ach Gott, wir haben schon nen Checkpoint. Hab ihn. Stay strong, du bist alleine, schaffst du schon. Ich bin auch bei dir. Ach so. Ich bin on fire, ich bau mich auf. Hey, wir sind hier gespawnt, das ist nett. Äh, rechts? Ist ein Soldier? Ja, ich guck mal. Erst was los. Hab ihn. Jetzt ist er tot. Ja. Jetzt ist er tot. Junkwett, ich bau hier mal runter. Blooby übernimmt. Ich kann nicht runter, ich bin eingefroren. Oh, der kommt ran. Ich bin gleich zurück. Bestin steht da auch. Vor der Kirche. Ist der religiös? Ist der im Besten religiös? Vielleicht wird gesniped, ne? Da oben. Einer von uns ist on fire, Flash. Ja. Wo die Sniper jetzt stehen. Jetzt treffe ich sie nicht. Ich bin hier noch nie durchgedauften. Wo bin ich hier? Ach da. Ich bin jetzt hier. Ja, es gibt manchmal hier Wege, die haben nichts mit dem Spiel zu tun. Ist mal gut. Ja, aber die gute Nachricht ist, die lernen wir jetzt alle kennen, weil wir keinen... Hallo Blooby. Gib dir Deckung. Ich fang die Schüsse ab. Ohne Wagen. Der Chiefment unlocked. Was ist es? Triple Threat. Okay. Der Chiefment, unser Auto, fährt rückwärts. Ich geb euch Deckung von der Seite. Das fährt auch vorbei. Ich hab noch ein bisschen als ein Chiefment bekommen. Echt nicht? Ne. Geh mal aus dem Weg, Jimmy. Aua, er weiß wo ich bin. Muss man vielleicht für die Spiegel gekauft haben oder so nicht? Nein. Jemand muss mal zu machen. Boah, 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 boah. Naja. Ne, es ist meistens irgendwie auch sowas wie, dass du viele Kills insgesamt mit nem Char gemacht hast. Also Spiele übergreifend. Das heißt, du musst auch einfach nur viel spielen. Nice, der kommt bereit. Fuck, 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 fuck. Ich laufe mal ganz rechts rum. More Patch? Okay, das hat er gecheckt. Ich packe jetzt voll wieder ein. Ich bin fürs Team gestorben. Und deren Besten steht auch immer noch. Oh, gegenseitig gefackt, ma. Jungs, das müssen wir verwenden. Die Meier hat sich voll die Night. Ja, aber es ist ein Push-Drück-B. Ja, wir haben doch noch genug Zeit. Wir müssen wieder so... Ja, gleich haben wir eh wieder alle Old-T-Shirts. Ach, da oben? Oh, Gott. Ich hab meine gerade... Verwastet. Ja, ich auch. Wasted. Okay. Ich geh mal rechts rum. Und komm mal von hinten. Ich hab die Ferber... Da hab ich mich gleich mal aufgestellt. Ach, hier. Hier steht schon. Du Opfer. Ey, hier. Hinter dir, Blooby. Der Payload füllt. Hinter dir, Blooby. Noo. Das hat er mich schon gefickt. Jetzt wird er sich aufficken. Ich baue mich auf dem guten Stück auf. So, gib mir Feuerschutz. Rechte, Rechte, Rechte. Drache. Flash. Noo. Das war schon drin aufgebaut. Gegenheil. Gegen den Drachen kann man nicht gegenhaben. Ach, scheiße. Ich hab's geschafft. Egal, jetzt hab ich die Ulti. Ich hab's versucht. Dann bin ich gestorben. Aber zum Glück hat's mir die Ulti geklaut. Oh, Yoda. Da ist grad dein Leben an dir vorbeigeklaut. Der hat nichts angepasst. Ah, Hanso. Irgendwo. Und du? Hallo? Wo sind die Schüsse? Ich höre nur Schüsse. Aber von wo kommen sie? Wir haben fast den nächsten Checkpoint. Come on. Ja, ich hab voll über ihn geschossen. Weil ich so kacke bin. Ja, hast du grad so geultiht? Ich hab' nicht geultiht. Ich hab' nicht geultiht. Ne, ich red' von Nakia. Ich red' von dem anderen Bastion. Warte, wenn ich... Jungs, jetzt kommt! Jetzt kommt! Jetzt ist die Schaukel eines Lebens! Oben rechts ist da immer noch... Schiebt mal die zwei Meter noch durch. Irgendwie bewegt sich der Scheiße. Fuck! Luppi, schieben. Hallo, Nakia. Einfach hinten. Einfach hinten aufs Auto. Ja. Von rechts, links, vorne, hinten. Weitlich, diagonal. Ja, aber wenn du stehen bleibst, geh' dir auch nicht weg. Ich wollt' mich heilen! Klingt nach Nakias linker Körper. Klingt nach deinem rasierten Bein. Du guckst nach, ob er sicher ist. Ich hör' den Drachen. Ich hoffe, der kommt nicht in die Kirche gut. Ne. Muss mich Gott malen. So, jetzt, Jungs. Alles oder nichts. Ich hab' ihn gefickt. Und jetzt werd' ich gefickt, weil ich mich nochmal aufgebaut hab. Jo. Ah, ich wurde gesniped. Das gibt's nicht. Warum schiebt eigentlich keiner? Ja, weil keiner den Bastion da oben fickt. Ich hab' den Bastion da oben. Ich hab' den Bastion da oben. Okay, dann können sie jetzt aufsuchen. Warum ist er schon wieder so weit zurückgerollt? Ja, ich hab' den Sniper. Verdammte Scheiße, da steht zwei da oben rechts. Also da. Aber hier ist schon ein Scheißweg. Wo oder wie denn? Mein Ult ist auf jeden Fall weg für gar nichts. Nice. Okay. Ja, ich hab' noch keine Ult hier. Oh, vier Meter, zwei Meter, drei Meter, ein Meter. Oh, neue Zeit. Wer war das? Wer war das? Wer war das? Hier ist noch ein Bastion gespawnt. Er spawnte halt. Ich hab' mich einfach daneben gestellt und keiner hat was dagegen getan. Die sehen mich nicht als Gefahr. Ja, die schieben wieder zurück. Hallo? Schieben die zu. Oh, ich weiß nicht. Das ist doch auf dem Punkt. Die dürfen zurück. Ja. Naja, das steht nur. Das ist zurückgezogen. Nein, da bewegt sich. Da steht nicht mehr, das zurückgezogen. Ich sehe es. Das ist das erste Mal, dass ich in dem Spiel eigentlich jemanden erlebt habe. Der kämmt? Dann hast du mit mir gespielt. Was hast du? Hast du noch nie mit mir gespielt? Das ist schlimm. Mir spielt auch jetzt irgendwie in sechs Runden mit dir oder so. Aber wir kommen wieder an, Drache. Er kommt genau auf mich zu. Bitte trifft mich nicht. Er trifft mich. Er trifft mich. Er trifft mich. Ich lebe. Der Panzer fährt ganz links durch Richtung. Achso, das war gar keiner von uns. Da oben. Google hat bisher der gekämpft. Ne, das war der Gegner, der mich gekämpft hat. Hallo, das ist doch Bullshit mit der beiden. Er schießt hier. Ja, toll. Links war Bastion, rechts war die Eislösung und ihr seid nirgends. Was? Das ist richtig. Oh, da hat sich ein Tor geschlossen. Ich hab gleich den Panzer ready. Ich hab ihn ready und ich mach nichts damit. Ich mein, ich hab ihn ready. Ach, dann wurde ich gesnipet. Ich hab ihn mit ihrem Auto. Die Beste hat mich nicht gesehen, aber ich wurde gesnipet. Warte, Moppet. Das war knapp. Das war knapp. Da stand schon an ihr dran. Ja, irgendwer muss rechts durchlaufen. Die Sniper holen. Ohne Aufzug. Oder Mekka ist tot. Ohhhh, kein getötet. Ach mal, das war ein Triple Kill. Ich geh jetzt mal ein bisschen schieben, ohne Aufzubauen. Ähm. Nein, legen wir uns auf Unentschieden. Unentschieden. Oh, links ist jetzt noch so tödlich. Mann, das wirst du ja nicht so machen. Auto ist auch geil. Wenn man sich vor's Auto baut, dann schiebt der einen weiter, während man ballert. Ja, ich bin eingefroren. Jungs, jetzt zieht! 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 Aber leider hat mich Power gefickt. Hinter uns ist noch ne Sniper. Ich bin eingefroren. Pinguin ist eingefroren. Ahhhh. Aber fühlst du dich dann nicht wie zu Hause? Ja. Ich werde mich auch nicht bewegen. Das ist auch ne Varche. Das ist die Bussi. Ich bin ja ne Ulti. Der Bussi. Ich bin viel zu weit weg von dem Scheiß Teil. Was ist das weg? Wir sind noch so fünf Sekunden. Ah wow. Ich hab noch zwei Kills gemacht. Der ist an einer Scheißposition schränkt. Der Bussi. Ich bin in meinen Toten. War nicht stolz. Ich bin in meinen... Kam relativ weit. Ey, wir haben mit sechs Bastions im Eingriff fast gewonnen. Also ich weiß ja nicht. Okay. Aber ich glaub... Aber keiner von uns hat das Highlight. Das ist traurig. Das ist traurig. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns die gegenseitig immer geklaut haben. Yeah. Er ist so cool. Er hat mich. Nicht schlimm. Ich stell mich da grad obendrauf. Ich hab ihn gekillt. Hab mich obendrauf gestellt und die Gewicht. Sieben Prozent. Not bad. Nee. Dann nehm ich lieber... Den. Ach. Wiko Wiko. Nein, man muss ein Ziel verloren. Wiko Wiko. Gut. Dann... Könnt ihr jetzt Rassil hinweiten. Der sah hinweiten. Ich nicht. Oder... Der. Kisteee! 2€ Kiste. 1€ Kisteee! S suas bei einem Spray und dann einfach 5 Coins bekommst, wuuuuhh ähm kann mich mehr entweiten, ich hab nicht dieses Invite-Icon oben rechts, das ist einfach weg äh was, wen spiel man jetzt? wer ist der nächste? Hallo? Ansorger wird's Zeit mehr in 6-Skinson-Count ich hab ne bunte Farben als Kind, tut mir leid äh Nakiya fehlt, wo ist Nakiya, Nakiya? du bist noch in der Gruppe, glaub ich was? nein ich kann dich aber nicht entweiten ich auch nicht, ist grau ich kann in der Gruppe beitragen du bist ja auch noch in der Gruppe ich will re-logge, ich bin nicht in der Gruppe, Mann doch, bist du als Maul Nakiya ist in der Gruppe für Overworld oh, sie ist auch in der Gruppe deine Karriere kann ich mir auch ansehen, Rase ich weiß deine Karriere Karriere, 70 Wins, auch Challenger wie wir, ist genauso gut 2 Stunden Tracer gespielt du bist in der Gruppe, Nakiya? ich kann dich aber trotzdem nicht einladen das ist interessant, ich lade euch ein ich kann dir join ich lade euch hier doch einfach ein ja, aber ich join dir einfach hä? und dann sucht er nach dem Spiel, wenn ich dir joine irgendwas stimmt mit dir ist Nakiya schuld, ich kann ihn ja auch nicht einladen also Alex ist in der Gruppe kannst du mich nochmal einladen? alter es natürlich auch esmanuel